Oh man, Leute, ist doch egal und so, wie man hier was schreibt oder so. Macht doch einfach mal das, was ihr machen sollt. Hallo Freunde, willkommen wieder bei einem alten, bekannten PvP-Schlachtsfeier. Diesmal sind wir unterwegs auf dem Strand der Uralten und ja, die Schlacht hat schon angefangen, also ja gut, ich muss sagen, ich hab ein bisschen auf dem Desktop rumgespielt. Das hat sehr Grund dafür. Ja, äh, ja. Was wollte ich denn jetzt sagen? Äh, egal. Also meine Stimme ist noch ein bisschen leicht angeschlagen. Guck mal, hier, so eine Bombe brauchen wir auf jeden Fall. So. Gut. Ich bin ja, ich verbreite hier auch Bombenstimmung, ne, so. Und dann werden wir mal hier auf jeden Fall auch mal ein Tor mitsprengen, falls es klappt. Ist ja, okay. Ja, die Kämpfe sind eigentlich deutlich kürzer, muss man eigentlich sagen, jetzt hier. So. Naja, okay, ich hab hier schon, äh, geht schon los. So. Da muss ich wieder gemein sein, gemein, ey. Ey, gemein sein, gemein sein. Sieht ja cool aus, so untot ist es oder was, oder? Ne, ja. Ja, untote Magier. Die erste, die, wo ich sagen muss, hier sieht relativ gut aus. Äh, 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 äh. Ja, okay. Diesmal wurde ich richtig schön rausgefokust. Ähm. Und der eine ist wieder richtig nett. Äh, äh, ja. Wo sollen wir denn jetzt hier? Äh, äh. Also ich finde, wie gesagt, das ist immer das, was ich meine hier. Die Leute und so kommen einfach hierher und so beleidigen und sowas alles. Und dann ist doch egal und so. Hier, ob man verliert oder gewinnt. Hauptsache der Spaß ist doch mal in Vordergrund und so. Ihr winnt es halt immer richtig hart und so, dass einige Leute das, äh, Spiel wirklich viel zu ernst nehmen. Ich meine, es ist klar, dass man halt auch mal was erreichen möchte. Aber ich gehe doch nicht hier irgendwo in ein BG rein, wo ich denn, äh, man kann ja nicht nur immer gewinnen. Sondern auch mal verlieren. Äh, gut. Meistens Allianz verliert ja nicht, äh, überwiegend. Aber, äh, ja, gut. Wollte es eigentlich nur mal so angesprochen haben. Ähm, aber das heißt ja noch lange nicht und so, dass das alles ja gut und schlecht und was ich halt ist, ne. So. Also, komm, kann ich den hier? Äh, eigentlich nur hier komplett auf den Dings zu gehen, ist auch nicht so blöd. Ähm, so gut, wollte ich dir jetzt natürlich sagen. Komm, scheiß auf den Jäger. Wieder ein böses Schimpfrock gesagt. Es kommt nur, weil hier lauter Assis immer in BG drin sind. Muss man wirklich jetzt so sagen. Und dann halt einfach nur die Leute flähen. Das macht mich aggressiv. Selbst zum Assi. Nee, zum Glück nicht. Ich gehöre noch zu einem von der, etwas anderen kultivierten, äh, was haben wir hier? Also, so ein Hal... Oh, äh, Blixi. Äh. 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 Ja, die haben mich jetzt im Visier. Ist ja schön. Äh, bin ich hier eigentlich bloß der einzige Hal, oder was? Jo, anscheinend, oder? Oh, Mann, Leute, ist doch egal und so. Wie man hier was schreibt, oder so. Macht doch einfach mal das, was ihr machen sollt. Genau, jetzt wird hier wenigstens mal... Goldtor. Schön, Talente. Oh, was haben wir hier eigentlich? Wo wird der Besserung? Passiv. Was ist denn das? Äh, okay. Ah, ja, okay. Ich bin noch gar nicht richtig da. Und schon... Na, hier denn eigentlich? Äh, gar nicht da, oder was? AFK, oder was? Na, blöd. Mann. Ich hab ja wenigstens als, äh, Mensch hab ich wenigstens einen Vorteil. Hallo. Hallo. Was soll man, wenn ihr was machen würdet? Ich hab mich selbst gehalten. Ja, ne? Chill. Tschüss, chill. Ah, okay. Ah, hier, Taste Nummer 1. Kennt es ja. Oh. Okay, ich hab mich jetzt hier mitten in die Horde am hier reingesetzt. Ins Wespennetz. Netz. Wespennest. So, nicht Netz. So. Ja, guck mal, ich bin hier wahrscheinlich wirklich der Einzige Heiler auf dem WG. Natürlich nicht so gut. Was machst du? Oh, nee. Du hast noch eine Priesterin. Sehr schön. Geht auf jeden Fall was. Ja, darf ich jetzt mal? Genau, so. Und jetzt möchte ich auch gerne hier mal heilen. So. Darf ich? Alles klar. Alles klar, gut. Machen wir mal hier. So. Hier. Ongel Green ist da. Na, auf geht's. Oh, 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 oh. Jetzt kriegst du Böse als auf die Schnauze jetzt hier. Du musst mich mal selber heilen. Gott. Na ja, okay. Jetzt haben sie mich mal unterbrochen. Dann bin ich auch mal hier unten drunter. Kommen wir zum Kuscheln. Unter dem Schirm. Na, bam, 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 bam. So. Hier, auf geht's. Ich glaube, die einen, die hier wirklich mal ein bisschen Action reinbringen oder so, sind die Heiler und so. Super. Das kann es aber eigentlich auch nicht sein. Na ja, komm, auf geht's. Na, ein bisschen hier, da und hier, so. Wie die schon gleich rum, die sind vorbei. Also, ich meine, bei mir lernt man ja auch ein bisschen was und so. Also, hier auch ein bisschen über Motivation. Egal, wie schlecht es auch manchmal läuft. Immer wirklich den Arsch hochheben. Das Leben ist treu genug und so. Warum nicht selber hier fertig machen? So, ist vorbei. Piepapo und so. Mit so einer Einstellung. So, wirklich kann man auch nie was reißen. Nicht nur hier in WoW, sondern auch wirklich, auch im Relife, gerade so besonders im Relife, zählt es nämlich, okay, jetzt ist die Pause vorbei. Äh, die Pause, die Runde ist vorbei. Ja, so, jetzt möchte ich mich mal gerne decursen hier. Ich möchte mal gerne die ganzen Videos runterhaben. So, danke schon. Alles klar. Deswegen, alles nicht so ernst nehmen, beziehungsweise, äh, das Spiel nicht zu ernst nehmen und auch ein bisschen Biss zeigen. auch kein Problem. Auch wenn es, wie gesagt, immer ein bisschen schlecht und schräg läuft. Ähm, es kann immer noch schlimmer gehen. Ne? Und wenn ihr komplett um seid, geht es nur, denkt daran, es geht nur noch aufwärts, ne? Naja, gut, im Schluss falle ich noch so unter die Erde, aber, äh, das will ja auch keiner hoffen. Und deswegen, ich bin eigentlich auch so ein Typ, wie sagt er mit der Patrick Reiser, keep going, und das ist auch wirklich, das stimmt doch so. Immer weitermachen. Ja. Immer weitermachen. So, warum bin ich jetzt hier alleine? Kaum Paladin. Paladöse. Okay, guck mal, da haben wir hier schon mal den Verwüster, den machen wir gleich platt hier. So. Wie heißt es jetzt, wenn wir so schön den Gegner binden? Äh, 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 genau, guck mal hier. Wüster, der ist doch gleich down hier und so, was ist da los? Alter, Schurke, du nervst mich. Also, ich mach das gar nicht und so, wenn da jemand an meinen Allerwertes rummacht hier so, ey, was willst du denn jetzt hier so, die ganze Zeit? Alter, guck mal hier. Wenn man sich hier mit Gegner binden und so, ich glaub, ich hab hier fast die Alkohörde an mir an mich. An mir, so nennt sich das ja. So. Oh je. Okay. Ja gut, das waren jetzt doch zu viele. Zu viele Unterbrecher, da kann ich dann einfach nix mehr machen. Oh, ich werd jetzt leider schon wühlen. Oh. Ich hoffe, ich fang das nicht auch an zu gehen, weil ich gegähnt habe. Ja, meistens ist es ja so, ähm, was ja dann anstecken wird. Hey, was denn hier los? Alter, ja, komm. Ich hab mich wenigstens jetzt mal selbst gebufft, keine Ahnung. Weiß gar nicht. So, dann holen wir hier mal ein Heilo raus. So, dann sagen wir mal auf Wiedersehen zu der Magier und zu Chill. Fürs J hat's wahrscheinlich nicht gereicht. Sollte wahrscheinlich mal Chill heißen. Ey. Wie lange hier? So. Ey. Genau. Alter, die spazieren hier durch, das gibt's doch gar nicht. Was soll denn das hier? Mann, 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 Mann. So, genau, einmal gekillt. Pass auf, die ist abgefeuert. Alter, Ex-Meister, willst du mich trollen, oder was? Ja, fiel mich mal. Vielleicht kriegst du nämlich Angst von mir. So. Mann. So, jetzt mal hier den Schurken. Mann. Mann. Schilder passen. Kann übrigens auch wieder gemein sein. Ja, hier, ich bin im Dauer-Stun. Wird natürlich wirklich viel machen. Wer ist tot? ne, doch. Ja. Alter, so, dann bin ich ja gemein zu euch. guck mal hier. Alles drauf. Und dann, dass ich immer sage, so, oh ja, gut, jetzt, äh, jetzt haben sie mich gekriegt. Aber die sind sehr gut durchspaziert und so, ich sehe, ja, die sind schon hier beim Dings, beim, beim, beim Pitanen. Also, ich weiß nicht, egal, was ich immer mache, und so, hier habe ich irgendwie nie Glück. Aber egal. Na, jetzt könnte ich eigentlich schon mal gerne hier wieder auf Schlacht wegkommen. Ja, genau, hier direkt in die Order-Armee rein. So, auf geht's. Ja, alles klar. Ja, alles klar. hallo, Freunde. Und wie geht es euch? Was wollt ihr denn jetzt hier schon wieder? Das gibt's doch gar nicht. So, hier. Der Magian, da finde ich nämlich auch, ja, der Tinas, der, der Titanen ist auch in Gefahr. So, okay, gut. Man kann nicht immer gewinnen und so, das ist ja nicht das, was ich meine und so, aber das ist jetzt egal. Das ist Strand der Uralten. Ich habe da eh kein gutes Händchen dafür, was soll's. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, sag ich mal, tschö mit Ö-Freunde. Tschüss.